wir haben ja kaum noch benzin das weißt ja aber ich habe tanke haben wir vier jerry kannst du aufgefüllt bist du was in sekunden berg dafür aus max er kommt du was empfängst ich glaube hatte was das bekommen hast du es gerade gekommen ich glaube ich habe das grauschen gehört noch mal bei dir geht es nicht weil du kannst du denn irgendwie aufrufen ja mit 0 und so da ok du hast du das gehört ja jetzt muss eigentlich die transmission laufen audio options also ich kann das aber auch hören wenn ich das machen den radio konnte man auf der in der armory habe ich irgendwie mal geschafft den radio aufzurufen warum liegt da also ich hab jetzt spiel ich habe es wieder aufgenommen kann alter creepy was sind jetzt sehen wir hier und warten auf der transmission er sich gut und ich höre nichts und ich bin ein sieben aufnimmt man es heißt dass das user join your channel so ich bin wieder da ich bin ein sieben aufrufen kann oder ob man ihn ausrufen kann dates die uhr seid ihr gerade wir fahren gerade von green mountain nach norden ich bin drei täler also rieber ließ bei euch ja wir fahren dann die richtung wir fahren jetzt erstmal nach alter checken dann sporn und von dort aus haben wir dich dann ja ich könnte ja schon mal richtung ist der rollauf auf natürlich checkt das dabei ist ja ganz klar alles klar alter warum bist du jetzt weg weil ich kurze sätze sage eben aus erfahrungen ja du lagst wieder ich muss einfach double time spitten alter ich brauche einen f1 wagen soviel steht best einer der nicht kaputt war ich alles klar ctl shift nix da war seine krumme dann hast du das radio oder was glaub warte ich test das ist nochmal es ist doch shift und strg oder was denn sagt normal kontor moment i will test mal guck warum du raus springst sorry weil wir fahren eh nur dreist guck nochmal und verlass ich dich kurz dafür mal raus äh wenn mein essen blinkt hast du was zu essen dabei wir haben zwei raw meat wir haben zwei raw meat und nehmen nur einen sd mit c xc und v ctl und tift müsste es gehen um den radio aufzuhören warte lass mich mal aussteigen bitte äh ich fahr noch kurz zum wald da muss ich auch raus nein habe ich den überhaupt dabei in radio ich weiß nicht warum nicht aber vielleicht ist er ja weg ich glaube nein radio befunden oder was ja bei so einer hacker kiste habe ich mich mal gediegen eingedeckt jetzt kommt sie habe keine axt also ich habe jetzt ein hacker auto hochgejagt mit sprengladung das war lustig ich habe ähm essen tonsoff glaube ich rucksack aber kein pasta eine pasta das geht nicht irgendwie verdiene ich auch gar kein essen und gar kein trinken das hast du die back an nö oh noch ein message received hier auch paar Meter nach vorne gehören das ist gut vielleicht liegt da so schreiend drunter das heißt doch aufgehen ja oder jetzt sitz ich vorne ich sitz vorne hahaha nein die bush gang ist vorne vielleicht nicht mehr rum einfach ein vacuum ich glaube ich muss rechts hm komisch das dort nicht gehen wahrscheinlich hat der rum gefunkelt flunkert nicht gefunkelt wirklich wir schauen noch mal bisschen weiter wir schauen noch mal bisschen weiter da wird wohl gleich die Zeitung bekommen aber da sind wir schon durch ne da sind wir schon durch fährst du von mir nach vorne aus ja klar hier ist Butoschka hier ist Butoschka hier ist Butoschka hier ist Briefkasten hier ist Briefkasten hier ist wollten sie schleunigst weglegen wieso das ist grad zur Zeit erlaubt sie zu haben oder zur Zeit nicht erlaubt also sie sind sind unabled und obtained und legitimat und leben was ein fach ein fach oder was legitimat und kann man die nicht legitimat erhalten erhalten rechtmäßig ja sag's doch ja sollten wir wegpacken genauso wie die TWS das fach ich hier überhaupt richtig ja sie sind eh deaktiviert zur Zeit wenn wir mal so ein bisschen rumgucken nein natürlich nicht was hält um man hat's grad vor ist gut so jetzt wieder noch einen Punkt setzen anstrengend ich graue Haare vom Stress auf seid ihr grauen gut toschka pustoschka wieso sie sich abholen da wohin da was da wohin da wohin kenn ich nicht oh diese so wie bohren ja und da vorne noch nicht rein kein Bus bohren hier ist noch ein Lager auf dem Station Alter, sick rat ja, da haben wir schon immer das Lager das ist unser Hauptlager hier so, cool Junge, war das echt? Alter, du bist gerade bei mir über die Bänke gejumpt ja, bei mir auch ne, ne, ne ich schau drum rum das wäre zu geil aber das ist gut, dann treffen mich die Leute nicht halt, mich mal kurz angeeckt angeeckt, die zweite ja, wie soll ich hier durch? mach die zwei nochmal ne, jetzt passt ungespräche, richtig mit dem Bus vollsteed, alter ne, ich gehe da nicht mehr, ich kenne ich gehe da nicht mehr, ich mache wir gehen mal übers F, wir crew sind da haben wir sonst hier da haben wir sonst hier da war keiner da hast du doch dabei gehabt im Katzen da war keiner ist hast du es dann dabei gehabt? Was über da hier? Ja. Das war ne geile Geschichte. Voll durchgenudelt worden. Eins links. Oh, was? Nein, ich weiß gar nicht. Warte, ich hab mein Dings an. Nein, ich geh jetzt. Ja, ich nicht. Man! Jump da drüber, bitte! Nein! Ist langweilig. Ja, da schon. Hier bist du mit dem Ding am Arsch gegangen. Faktor. Ja. Ja, ich krieg den Busch nicht in Gefahr. Traurig. Mit 3 kmh. Einen Wunder. Weißt du denn, wo wir sind? Ja, hier geht es auch mit 3 kmh. Weißt du denn, wo wir sind? Ja, bei Nino. Okay. Also, wir fahren immer noch nach... Alter. Ja. Ach, Alter, wir fahren nach Alter. Star Heli Crash, kann das sein? Was? Nö. Aufhe, hoi. Was? Versteh? Versteh. Versteh. Versteh, wir helfen dir. Versteh. Versteh. fuck Hältet ihr mich noch? Och man, mein Internet fällt ständig aus Kacke So, ah da steht's Auto Ich hab keine Waffe mehr Bei mir ist Xbox Ho, natürlich hast du eine Waffe Aber ich kann sie nicht auswählen irgendwie Soll ich mal schießen Ja, ich mach schon die ganze Zeit Kannst du wenigstens laufen? Warte Ja What? Wie geht das denn aus? Hä, was ist? Er ist grad so voll komisch gelaufen So, als ob er 8 Knochenbrüche hat So, ich hab genug Essen für die nächsten 50 Jahre So, jetzt Lauf, lauf Das sieht so wie ein Bug Hä, kennst du das noch nicht? Haben wir das hier schon voll oft gemacht? Ich hab ne Gang hinter mir Loil, komm rein Mama Komm rein WTF Ah, ich bin vorne Bist angeeckt Bist angeeckt Boah, wie ist das so? Einfach so Leucht, leucht, leucht Killing Sprint Superman Wow Hey, 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 hey Das war keine Damage Ja, das war Damage Am auch Damage, aber ich will hier nicht anhalten Ja doch, ganz kurz aussteigen Nachher wird's nicht übernommen Wenn wir was später machen Dann weiß man schön Langsam Waffe wechsel ich Loil, das hat nicht funktioniert Nicht? Alle aussteigen, komm Obwohl Egal Was ist denn kaputt Loil, wie hab's ausgeschlossen Das ist voll realistisch Voll realistisch Junge Alter Alter Das war jetzt Ne, das war nicht Boah Scheiße Alter, was ist mit dem Zaun? Wie ist die... Mikus auszahlen? Hä, das Auto ist wieder gleich Ja, das ist ein Dauer War so gut Da ist ein Heli-Crash links von uns Soll anhalten? Boah Links von uns unter den Bäumen Das ist Gott nicht Doch, jetzt kannst du's vielleicht sehen Ja klar, Heli-Crash nehmen wir mit Mein... Till hat ja eh keine... Anständige Waffe Nicht unter dem, ja Sie ist unanständig Ach ja, komm, guck bitte Ach komm Tschüss Ja, einer muss aussteigen, damit's kommt Das hat auch schon nichts Die anderen müssen nicht aussteigen, damit's nichts kommt Ne, du musst sonst umfahren Hast du da echt durch? Oh, why not? Oh, why not? Ich schon, ne? Nur nur halt hätte ich's jetzt nicht machen, weil es war genau so ein Baum Hallo, er hat gehubt, geht gefälligst aus... Leute, geht's weg Leute, geht's weg Leute Das tut weh Oh, was hätte ich wirklich nicht machen können? Was hätte ich vielleicht nicht machen können? Halt an! Halt an! Halt an! Halt an! Oh mein Gott, Halt an! Halt an! Halt an! Warum er überfährt ja doch? Halt an! Halt an! Halt an! Halt an! Okay Halt an? los gibts ihn die halten hart viel aus voll imbar voll spät dreht mich dreht mich so hoch 0,4 g mindestens 0,4 g ja 0,4 g der mongro steckt noch aus noch zwei zämmers ok jetzt nicht mehr alle raus das ist eine andere box ah ein M9 Magazin ach ne wir haben ja eine M9 Schalldämpfer ammobox ammobox wo hier vorne hm stannark ich kann ja mal welche mitnehmen wir haben ja welche im Lager davon aber ich würde auch einen stannark nehmen ne ich nehme mal die ganzen stannark sd mit da vorne sind wir wieder zum nächsten da vorne drei stück ne vier fünf 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 sechs sieben acht acht vielleicht nicht stannern dann nehme ich mir nachher eine stannark sd beach ja wir wollen halt noch dingsoll so ich glaube das ist voll der Hatschbuck so der Hatschbuck so der Hatschbuck ist voll der Hatschbuck ist voll Hatschbuck Duke und die lang der Hatschbuck und die